Ein Stent ist ein Metallgeflecht, ein dünnes Metallgeflecht, das man in Arterien verschiedener Größe einsetzen kann, um eine Stenose zu behandeln, also um eine Stenose, eine Engstellung der Arterie zu weiten oder auch bei sehr kleinen Mikrostents eine Behandlung, die wir verwenden, um Aneurysmen im Gehirn zu behandeln. Untertitelung des ZDF, 2020